Ich habe eigentlich nur mehr die Zeit, mich jetzt zu verabschieden und auch die Sendung zu verabschieden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und auf Wiederschauen und vielleicht spielt uns der Ambroselos noch eine Nummer. Ja, wir bringen jetzt für Sie eine klassische Melodie, ein Geigensolo. Heute hören Sie aber unseren Posaunisten als Solisten mit dieser Melodie. Und für Sie nun der Chardas von Monti. Monti 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 Musik 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 Musik